Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr seid gut in die neue Woche gestartet. Ich weiß, es ist Montag. Montag kann keiner leiden. Ich versuche euch den Montag ein bisschen besser zu machen, auch wenn wir momentan bei ungefähr 37.000 US-Dollar stehen. Wir haben es leider nicht geschafft, unser Ascending Triangle hier nach oben hin zu verlassen. Ihr seht es hier, wir hatten dann gestern Abend noch diesen Breakdown. Sind nach unten an die 4 Stunden E-Mail Ribbons gekommen, wurden dann rasch wieder aufgekauft, haben es wieder versucht, in dieses Ascending Triangle reinzukommen, beziehungsweise in unseren Abtrend, kann man ja auch dazu sagen. Wurden dann jedoch wieder abverkauft und die 4 Stunden Candle hat außerhalb dieses Ascending Triangles geschlossen. So, dann sind wir nach unten gedumpt im Endeffekt auf ungefähr 36.600 US-Dollar. Hält sich alles noch im Rahmen. Ihr seht es hier, also ich versuche es euch mal ein bisschen klarer hier darzustellen. Wir haben eine 12 Stunden, eine 1 Stunde, eine 4, eine 2 und nochmal eine 1 Stunde Demandzone. Also wir haben hier eine Menge, Menge Support in diesem Bereich. Haben auch schon die erste Gegenreaktion hier gesehen. Aber es ist auch noch nicht wirklich Volumen hier reingekommen. Also das heißt, es ist kein voluminöser, sage ich mal, Bounce nach oben hin, sondern es ist eher so ein Rumgeeier, sage ich mal, in diesem Bereich hier unten. Deswegen kann ich mir weiterhin gut vorstellen, sollte diese Zone hier nicht ausreichen. Wir können die gut und gerne nochmal bei 36k antesten und dann erst den Bounce hin und dann versuchen hier mit dem Wochenstart wirklich hier einen bullischen Breakdown, also ein bullisches Breakout im Endeffekt nach oben hin doch noch hinzukriegen. Wir haben ein CME-Gap bei ungefähr 37.700 US-Dollar. Ist noch offen, also kann auf jeden Fall noch gefüllt werden und dann, dass wir nach unten gehen. Ansonsten hält diese Zone hier nicht, wo hier eben diese vielen Demandzonen sind als Support, geht es hier wirklich nochmal tiefer. Wirklich, wie gesagt, was wir eigentlich schon seit Tagen im Endeffekt sprechen, 33.000 US-Dollar oder 32.000 US-Dollar. Das ist dann für mich erstmal kurzfristig eine Möglichkeit, einen Boden zu bilden. Entweder wir konsolidieren hier unten noch ein bisschen, bilden da nochmal einen kleineren, doppelten Boden und dann übergeordnet eben diesen riesen Double-Bottom-Pattern als Trendumkehr. Somit hätten wir dann auch, sage ich mal, wenn dieses Pattern dann ausspielt würde, hätten wir dann damit auch unseren Boden gesehen und wir könnten von einer wirklichen Trendwende sprechen, dass wir weiterhin bullisch werden. Ansonsten gibt es nicht viel hier zu sagen bei Bitcoin. Wichtig ist, dass wir vielleicht hier wieder über die 4 Stunden E-Mail-Ribbons kommen, wobei mir dieses Breakdown nach unten deutlich lieber wäre. Es wurden so viele Long-Positionen jetzt wahrscheinlich schon bei diesem Zeitraum hier drin neu eröffnet. Und Funding-Fees sind relativ wieder ausgeglichen, was ich zumindest gesehen habe. Das heißt, die Möglichkeit, dass wir hier wirklich nochmal runtergehen, nochmal einen Haufen Longs liquidieren, weil wahrscheinlich einfach schon wieder viele Long gegangen sind jetzt in dieser Zeit hier, weil es schon wieder übelst bullisch ist. Ja, das war der Boden und wir gehen jetzt hier nach oben. Seid einfach noch ein bisschen vorsichtig. Einfach im Hinterkopf behalten. Diese 32.000 und 33.000 US-Dollar sind eine Möglichkeit, dass wir die auf jeden Fall nochmal sehen. Hier unten dann vielleicht sich Long-Orders reinzusetzen, ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Habe ich im Endeffekt auch so gemacht. Also die Möglichkeit, dass wir unten dann diesen Boden sehen, ist relativ hoch. Aber dafür müssen wir wirklich abwarten. Es wäre einfach sinnvoll, Longs liquidieren nach unten, jeder nochmal bearish machen. Hey, wir gehen jetzt Richtung 30k, safe sehen wir die 30k. Und dann sehen wir genau im Endeffekt das Gegenteil. Gut, schauen wir uns Ethereum an. Ethereum sieht im Endeffekt noch ein bisschen anders aus. Also hier sieht man es ganz gut. Wir sind hier weiterhin in unserem Ascending Triangle. Das heißt, wir sind weiterhin hier in unserem Abtrend. Der hält weiterhin. Was mir nicht so gut gefällt, wir sind unter diesen Monats-S2 hier drunter gefallen. Wir sind wieder unter die 4 Stunden E-Mail-Ribbons gefallen. Also wir müssen auf jeden Fall die 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Wäre wünschenswert gewesen, die nochmal zu bestätigen und dann hier nach oben hin weiter auszubrechen. Unsere zwei Widerstandszonen im Endeffekt hier. Die vom Ascending Triangle zu durchbrechen. Und dann nochmal diese hier, wo wir mit dem Hoch gebildet haben. Aber ist momentan noch nicht so. Wir sind weiterhin in diesem Ascending Triangle. Heißt grundsätzlich ist es bullisches Chart-Pattern. Wir haben es aber auch schon gesehen. Das ist immer wieder gut und gerne auch bei Polkadot haben wir es uns angesehen. Ascending Triangle und dann im Endeffekt der Rebound nach unten hin. Im Auge behalten, Volumen, absolut Mangelware. Hier wird es dann interessant, ob wir möglicherweise ein bestätigtes Breakdown nach unten sehen. Preisziel wäre dann hier unten in diesem Bereich bei ungefähr 2200 bis ungefähr, hätte ich gesagt, 2150 US-Dollar. Tiefer sollten wir nicht fallen. Wir hätten da nochmal ein tieferes Tief. Grundsätzlich absolut bearish. Andererseits, auch hier haben sich wahrscheinlich viele Longs angesiedelt. Einfach nochmal ein bisschen tiefer gehen, um dann hier ein Rebound nach oben hin zu schaffen. Das sind so die Sachen, die ich momentan eher im Auge behalte. Funding Fees, wie sieht es aus mit den E-Mail-Ribbons und generell die ganze Marktstruktur. Gut, Cardano hat ja gestern jemand in der Gruppe gefragt. Auch hier, wir haben es hier immer noch eingezeichnet, wir schaffen es einfach nicht. Im Endeffekt, der gleiche Plan gilt immer noch. Wir können es nur ein bisschen weiter rüberschieben. Ich will hier über diesen Monats-S1 drüber kommen. Gut, der Monats-S1 ist im Endeffekt nur noch heute gültig. Morgen ist der 1. Februar, somit auch neue Monatswiderstände. Die gucken wir uns dann morgen mal ganz genau im Video an. Auch hier die 4 Stunden E-Mail-Ribbons und das Key-Level weiterhin als Support bzw. Widerstand. Gibt nicht viel zu sagen. Können es mal Elrond angucken. Haben wir uns auch lange nicht mehr angeguckt. Auch hier, also von unserem All-Time-High ging es hier zeitweise knapp 80% nach unten. Also hier Erholung sehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Das Key-Level hält hier einigermaßen noch. Wir haben hier noch einen schönen doppelten Boden gebildet. Sind da ausgebrochen. Aber der ist im Endeffekt auch wieder fällt, weil wir es nicht geschafft haben, über diese 4 Stunden E-Mail-Ribbons hier drüber zu kommen. Also auch hier wenig Änderungen. Schauen wir uns Solana an bei 90 US-Dollar. Auch hier haben wir es nicht geschafft, diesen Abtrend wirklich zu halten. 4 Stunden E-Mail-Ribbons weiterhin Widerstand. Wir können uns das jetzt natürlich so ziehen, wie wir hier Bock haben. Okay, wir sind hier immer noch in einem drin. Und dann könnten wir uns hier noch ein paar Linien ziehen. Aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt kein Fan davon. Das wäre im Endeffekt ein Symmetrical Triangle. Aber das zählt für mich nicht. Der S2 wurde durchbrochen. Die E-Mail-Ribbons auf dem 4-Stunden-Chart wurden durch nach unten hindurchbrochen. Also auch kein gutes Zeichen. Das zeugt einfach nicht von Stärke hier. Momentan blickt glaube ich alles auf Bitcoin. Sobald Bitcoin, sage ich mal, der Bereich um 39.200 US-Dollar bricht, können wir, ob es einen Short-Squeeze gibt, ist die andere Frage. Im Endeffekt, wir haben Void nach oben. Das heißt, wir können relativ flott nach oben hindurchbrechen. Wenn das passiert, dann flunzen natürlich auch die ganzen Altcoins im Endeffekt nach oben hin. Sollten wir nochmal einen Breakdown nach unten sehen bei Bitcoin, nochmal 10-20%. Dann geht es natürlich bei den Altcoins hier auch nochmal deutlich nach unten. Und dann sehe ich hier Solana auch in diesem 80er-Bereich, wenn nicht sogar 75er-Bereich. Gut, schauen wir uns Luna noch ganz kurz an. Luna ist der Trade mittlerweile raus bei mir, aber ich habe ja genug Profite genommen, habe ich euch ja in der Telegram-Gruppe immer wieder gesagt. Wir haben das erste Level durchbrochen. Am zweiten an der 4- und 8-Stunden-Demand-Sonne haben wir jetzt einen Bounce gesehen bei ungefähr 43 US-Dollar. Wobei ich bei Luna immer noch sogar tiefere Kurse jetzt mittlerweile für Möglichkeit, also dieser Bereich hier unten 41 bis, wenn wir die Mahn hier mitnehmen, bis ungefähr 37 US-Dollar, haltet das auf jeden Fall mal im Auge. Die Möglichkeit ist auf jeden Fall da, dass wir hier unten nochmal hinkommen. Ich möchte es nicht ausschließen, wir hatten gestern schon die Diskussion in der Gruppe, ich halte es für möglich. Luna nicht mehr die Stärke, die es vor ein paar Wochen im Endeffekt hatte, hier zum Beispiel, also das heißt vor ein paar Wochen, letzte Woche im Endeffekt, seitdem nur noch bergab. Wir hatten dann unser schönes Rebound, wo ich dann gesagt habe, okay, hier nehme ich 50% raus aus der Position, sollte die auch alle dann wahrscheinlich mitgemacht haben. Stop-Loss war schon längst auf Entry, also hier konnte nichts mehr passieren. Jetzt wird es interessant, ich überlege hier jetzt eventuell nochmal eine Position aufzumachen, sollte ich das machen, muss man natürlich Bitcoin im Auge behalten. Wenn wir jetzt natürlich bei Bitcoin noch ein bisschen tiefer gehen, sehe ich hier unten diesen Bereich 37, 38 US-Dollar, wenn nicht sogar hier das Worst-Case-Szenario bei ungefähr 35 US-Dollar, weil wir hier drüben viel Traffic hatten im Endeffekt. Aber gut, da werde ich euch in der Telegram-Gruppe auf jeden Fall noch auf den Laufenden halten. By the way, kommt gerne in die Gruppe, Link ist unten in der Videobeschreibung, wie immer. Und auf jeden Fall ein Like und ein Abo dalassen, damit ihr nichts mehr verpasst. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns noch ganz kurz die News an. Binance will SEPA in Europa wieder freischalten, im Endeffekt keine neuen News, das hat sich ja schon ein bisschen rumgesprochen. Wann genau das so ist, bei manchen sollte es anscheinend schon gehen, bei mir geht es zum Beispiel noch nicht. Aber gut, es gibt ja auch noch andere Alternativen, KuCoin, ich glaube Kraken bietet auch SEPA an, also Echtzeitüberweisungen. Kann ich da wirklich nur empfehlen. Ansonsten, was haben wir noch? Visa-Krypto-Kreditkarte übersteigt Zahlungen von 2,5 Milliarden US-Dollar. Ja, es wird, wie gesagt, wir sprechen es im Endeffekt in jedem Video an, immer mehr Adaptionen im Endeffekt finden statt. Solche Karten gibt es mittlerweile echt wie Santa mehr gefühlt. Gut, ja, mehr gibt es im Endeffekt nicht zu sagen. Wer so eine Karte hat, Glückwunsch. Ich glaube, crypto.com könnte, glaube ich, auch Visa oder Smartcard. Ach, egal. Auf jeden Fall, ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Wenn es irgendwas gibt, ich halte euch in der Telekom-Gruppe auf den Laufenden. Ich würde sagen, wünsche euch einen schönen Tag, guten Start in die Woche, bleibt gesund und wie immer, stay crypto. Ich würde sagen, wünsche euch einen schönen Tag.